Wir lernen aus diesen Weisheiten jede Menge. Mist, ich merke gerade mir fehlt etwas, ich habe etwas liegen gelassen. Aber ist egal. Ja. In der Hälfte Ringe liegen. Ich finde eine DVD hier. Wie geht's? Nein, hier ist er doch. Eins, zack. Trinken wir schon mal die DVDs zur Seite für morgen. Morgen mache ich dann meinen großen Hobbit-Tag. Ah, scheiß Stuhl hier. Ah, da kommt ein Valkyrie. Oh, die verfolgen schon, die verfolgen schon, die verfolgen schon. Ist noch nicht abgesehen. Da ist er. Ach. Nee, 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 nee. Ach ja. Ist er wieder eigentlich, stehen wir nie als Supporter, ist okay. Nein. Wenn ich eigentlich keinen Striker mehr gespielt habe. Ist schon eine Weile her. Ja. Lass ihn noch in Ruhe. Einen kleinen Cobra hier. Mal gucken, die Valkyrie ist bestimmt Level 30. Nein. Ich hätte den Kill klauen können. Ich hätte irgendwie etwas sinnvolles erreicht. Ich bin schon immer gestorben. Nein. Ich hätte den Kill klauen können. Ohne Probleme. Los, komm. Komm, 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 komm. Zack. Ah, Mann. Wieder nur so knapp. Komm, wo ist die Valkyrie hier? Sag ich doch, mindestens Level 30. Könnte ich nur anhand des Skins und anhand des Avatar-Bilds erkennen. Hier weg. Hat sie geschafft. Ah, boah. Ich stand doch gerade noch daneben. Da wollen wir nicht flachsen, oder was? Ich wollte nicht flachsen. Jawohl, First Blood. Hat aber lange gedauert. Mit zweieinhalb Minuten. Mit dem First Blood. Also... Da ist, äh... Tja, wenn du da langläufst, hast du auch in den Tod, Junge. Oh, komm. Lohnt sich nicht. Opfer ist am Ende größer. Wir brauchen langsam mal Level 4. Würde ich sehr begrüßen. Ah, er müsste jetzt im Weg. Der Hinterlistiger. Wir fliegen die Granaten. Jawohl. Ich glaube, wir müssen die Energie wieder... Was, 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 was? Nein! So knapp. Kann ich den Ernst sein? Huch! Wenn ich Level 6 wäre, hätte ich schon die einen anderen Kills mitgenommen hier. Ich wette... Wenn ich... Ich... Ich kann ja jetzt... Kein Level 6 würde die Ulti regelmäßig anwenden. Weil ich Level 6 mal eine Ulti habe, nutze ich sie wieder nicht. Dann vergesse ich wieder die ganze Zeit. Oh Gott. Hiya. Auch wir kriegen Besuch. Ulti! Er hat keine Chance. Das sage ich doch. Wäre die Ulti jetzt Verschwendung gewesen. Wir sehen auch. Wir sehen viele Points. Abwarten. Franky abwarten. Ich muss noch in den Millionenbereich gehen. Junge was machst du? Ich dachte seltsam. Ich habe gar kein seltsam. Ich schiebe ihn hier oben. Jetzt doch. Mal versuchen. Mal versuchen. Was? Überlebt? Oder habe ich mich durch Bewegungen nicht geschossen? Ich weiß gerade nicht. Wir sehen hier unten. Die hat hier oben den Tower verloren. Läuft sie weg. Jetzt bringt sie die Valkyrie mit nach unten. Dann ist er fest drauf gegangen. Jawohl. Los Tower, los Tower, los Tower, los Tower. Und dann ist die Valkyrie mit nach unten. Ja. Ich bin ruhig. Da hab ich das mal oben zu pushen. Mal gucken, dass nicht gleich wieder eine Rakete geflogen kommt. Das wäre jetzt ja ne typisch. Ab den Zeiten werden verkürzt, super. Der hat ganz knapp überlebt, mann, gibt es doch gar nicht. Was macht die Ulti denn? 37, würde wohl machbar sein. Kann nicht sein, dass sie jetzt mal mit Pipon zu überleben hier. Das ist ja ätzend. Das ist ja schon wieder voll und komplett wieder angekrochen hier. Wer ist in der Mitte? Vielleicht passiert hier irgendwas. Da. Na. Irgendwer komplett hoch. Da. Ich hab's in Morin. So. Hey. Hallo. Ja, wer denn da feines. Alles klar, Kumpel, alles klar. Alter. Vertrieben verlangsamt. Ah, cool. Du kriegst eine Unterstützung hier. Die sind aufmerksam. Das ist ein aufmerksames Team hier. Den hier. Dann kann's weitergehen. du 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 du. du 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 du. Energie. Moin. Energie und hier lag auch ein Midi-Pack. Hier gab es auch immer ein Midi-Pack. Ich war auch nicht mehr da. Rückzug auf jeden Fall. Kommt Leute übertreibt nicht. So, weg. Ah Mist. Fuck, 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 fuck. Ich dachte, die wären von meinem Team. Mist, war ein bisschen blöd. Leider, es läuft immer noch hinter mir. Was für ein Freak. Gibt's auch jemand? Geht's aber. Nein, sie ist durch die Wand gelaufen, Alter. Guten Abend, Coco. Ich habe heute Morgen um 10 Uhr oder so angefangen. Hab dann um einige Stunden gestreamt und musste dann weg. Und dann habe ich irgendwann im Laufe des Tages wieder angefangen. Also sind schon 5 bis 6 Stunden vielleicht. Ja, 5 bis 6 sag ich jetzt mal. Äh, C, B, das ist Free2Play, ja. Und guten Tag. Und noch mal zu. Du hast dich gerade runtergeladen, extra. Und den Tau hier beschützen. Die holen den jetzt auf jeden Fall weg. Was? Nein, ein Schuss noch. Boah. Naja. Hätte ja klappen können. Aber ist egal. Da führte ich jetzt sehr einen Tower. So, zur Entschädigung. Oder Gleichberechtigung oder so. So, ich muss mich jusch halten können. Dann halt nicht. Na. Ich habe jetzt lange gewartet. Oh ja. Da war der Blitz zu unvorsichtig. Die Verteidiger war gar nicht mal so schlecht hier. Die sind, äh... Die haben es schon in sich. Das Team hier. Ja, super Ulti eingesetzt. Ich bin stolz auf dich. Weg du. Was besser zu tun gerade. Hier verdienen wir gerade den nächsten Tower. Das kann ich nicht verantworten. Ich habe gesagt, ich kann es nicht verantworten und zack, ist das Ding weg. Hier das gegnerische Hauptquartier zu zerstören. Das ist das Ding hier hinten. Bei uns ist es das hier. Das muss zerstört werden. Dann haben wir gewonnen. Die verloren. Und... Ja. Das erstmal... Das erstmal erreichen. Das ist schon schwer genug. Kill. Wie steht denn? 307 am Docktail. Die Gegner hat den Drachen. Super, dass es überhaupt nicht aufgefallen ist. Aber egal. Fangen wir den Drachen direkt am Anfang ab. Ja hier. Direkt am Tower. Danke. Ah. Uh. Für seine Zeitbeschränkung nein. Nein. Wenn du Pech hast, dauert das Match. Eine Stunde. Wenn du wirklich Pech hast. Wenn du Glück hast, dauert das Match nur 8 Minuten. Oder 6. Mit richtig viel Glück. Aber das ist nicht so häufig. 8 bis 10 Minuten. Passiert schon mal. Auf jeden Fall. Aber... War ja schon in der falschen Tasse gerückt. Aber meistens sind es 20 Minuten. Der Durchschnitt. 20 bis 25 Minuten ist der Durchschnitt. Das längste was ich jemals hatte waren glaube ich 54 Minuten oder so. 49 Minuten. Das war ziemlich krass. So macht ihr das Ulti denn jetzt nicht? Jetzt hat er überlebt. Irgendwann stimmt mir damit der Ulti nicht. Irgendwann muss er einfach nur Klickmaner hat er die gemacht und jetzt irgendwie... Jaaaa... War... Ach ja, der kleine Drache da. Vor allem Drache. Was den nennen den Drachen? Was ist denn? Weil wir alle tot sind. Wir haben jetzt noch 15 Sekunden Zeit. Komplette Dinge zu erobern. Eigentlich noch länger. Der Ryudo ist jetzt mal nicht als Gegner gesehen. Das ist krass jetzt. Was? Ach der da. Daniel Ray. Gucken wir mal kurz in ihrem Team hier an. Level 30. 2 Level 30er und wir... Kein. Jaaaa... Freut mich. Ja, ein faires Team wurde hier gestaltet. Aber das Spiel wäre ja langweilig wenn die Teams fair wären, oder? Ja, unten steht der Tower immer noch. Ja, unten steht der Tower immer noch. Jaa... Na los ist mir scheißegal. Ah, Mist. Da waren sie. Nee... Ändlings noch mal einen Tower. Eeei... Wo is die? Die! Steht hier irgendwo. Die kleine Hinterlässige. rope... Ja klar, ich hatte mal ein Spiel, das war richtig krass Das ging auch extrem lange, 40 bis 40 Minuten ungefähr Und da hatte unser Hauptquartier noch 3% und das gegnerische Hauptquartier noch 1% Das, Junge, das war so schlimm Da hast du dich gar nicht aus der Basis rausgetraut Oder Angst hattest, die kommen jeden Moment Alles zwischen euch, das ist wirklich Nein, es kommt jetzt, nein, es ist auch verkackt Es ist auch verkackt Aber dieses hier ist zum Beispiel nicht ausgeglichen stark, ne Der ist komplett weiß, der ist komplett weiß Komplett weiß, weiß-grün Machen wir hier ein Lila Den kannst du ja mit niemandem gleichsetzen Weil der ist komplett orange und der ist komplett orange Ein lila Ding Das ist in keinster Art und Weise ausgeglichen Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal